In diesem Video sprechen wir über sieben Symptome, welche typischerweise als autistisch bezeichnet werden, welche aber in Wahrheit gar nicht autistisch sind, sondern ganz im Gegenteil, anstatt angeboren zu sein, die Folge von auf dem Lebensweg erfahrenen Traumatisierungen darstellt. Ja, und diese Symptome zu identifizieren und hier in diesem Video zu benennen und auch zu sagen, hey, so und so kommt das bei vielen autistischen Menschen zustande, das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir diese Erkenntnis einmal haben, können wir auch für uns realisieren und verstehen, dass wir diese Symptome mobilisieren und abbauen können, dass wir ihnen eben nicht hilflos ausgeliefert sind im Sinne eines angeborenen autistischen Schicksals. Ja, und vielleicht noch eine Richtigstellung. Ich habe ein ähnliches Video, ja, so einen kleinen Teaser oder so ein Vorbereitungsvideo zu diesem Video schon letzte Woche veröffentlicht. Und dort habe ich gesagt, dass eben viele Symptome mit Sicherheit die Folge von Traumatisierung darstellt und nicht angeboren werden, obwohl sie zum Autismus gezählt werden. Damit möchte ich auf gar keinen Fall sagen, dass Traumatisierungen zu Autismus führen. Es ist allerdings so, genau umgekehrt, dass Autismus häufig dazu führt, dass Menschen traumatisiert werden. Zum Beispiel wegen den typischen Schwierigkeiten im Sozialverhalten, weil Autisten aufgrund ihrer Andersartigkeit häufig das Opfer von Mobbing werden. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Aber auch das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass wir nicht, wenn wir heute erwachsen sind, an diesen pseudoautistischen Symptomen, die wir aber erworben und herausgebildet haben, arbeiten, nicht arbeiten können. Und vor allen Dingen bedeutet das, dass wir daran auch arbeiten sollten. Also, Traumatisierungen machen keinen Autismus. Autismus führt aber leider häufig zu Traumatisierungen und zu den folgenden sieben Symptomen, welchen keine Autismus sind. Ja, Symptom Nummer 1. Das wird euch wahrscheinlich da draußen extrem überraschen, dass ich das jetzt aufzähle. Reizfilterschwäche. Tja, Reizfilterschwäche ist etwas, das typischerweise zu den angeborenen Merkmalen vieler Autisten hinzugezählt wird. Ja, und ganz falsch ist das nicht. Viele Autisten haben tatsächlich eine angeborene Reizfilterschwäche. Allerdings haben, und das ist meine Ansicht, noch sehr viel mehr Autisten, ein erworbenes Hyperarosal. Was ist ein Hyperarosal? Ein Hyperarosal ist ein überaktives, überreagierendes, ständig in Alarmbereitschaft sich befindendes Nervensystem. Ja, warum befindet sich das ständig in Alarmbereitschaft? Natürlich, weil die Menschen, die so etwas herausbilden, eben ständig Bedrohungen, Mobbing und anderen Traumatisierungen ausgesetzt waren und sie deswegen natürlich in eine ständige Überwachungshaltung gegenüber ihrer Umwelt gehen. Ja, und ein solches Hyperarosal, das heißt eine Überaktivität des Nervensystems, führt häufig auch zu einer Reizfilterschwäche, weil man eben ständig in lauer Stellung ist gegenüber Umweltreizen. Typischerweise sind das bei Autisten Umweltreize aus dem auditiven Bereich, das heißt irgendwelche Geräusche. Und hier müssen wir wirklich unterscheiden. Immer dann, wenn Autisten oder ich sage mal in den meisten Fällen, will ich es etwas vorsichtiger formulieren, wenn Autisten auf eine bestimmte Sorte von Geräuschen mit erheblichem Stress reagiert. Das heißt, der Herzschlag beschleunigt sich, man wird nervös, bekommt schwitzige Hände und so weiter und so fort. Das kann, wie in meinem persönlichen Fall, zum Beispiel Musik sein. Wenn irgendwo, wenn ich mich in meiner Wohnung befinde, von meinen Nachbarn her Musik stattfindet, dann macht mich das extrem nervös. Da fährt mein Nervensystem sofort hoch. Das heißt, ich bin durch mein Hyperarosal eingeschossen auf diese bestimmte Art von Geräusch. Das ist bei mir biografisch schon in meinem Elternhaus begründet, weil mein Vater mich leider damals immer sehr mit Musik, muss ich schon sagen, gefoltert hat. Okay, das heißt aber nicht, das ist jetzt ganz wichtig, hier gilt wirklich, auch wenn du von Autismus betroffen bist, hier die Unterscheidung dringend zu machen. Das heißt nicht, dass ich ein Problem habe, wenn irgendwo auf einer Party Musik läuft oder auf meiner eigenen Party, die in meiner Wohnung stattfindet. Das heißt nicht, dass ich mit anderen Arten von Geräuschen irgendwelche Probleme habe. Nein, bei den durch Traumatisierungen hervorgerufenen Reizfilterproblemen, dass ich eben dann auch die Musik meiner Nachbarn nicht ausfiltern kann, da sogar hinhorche, da sogar übersensibel für bin. Ja, da handelt es sich um eben spezifische Reize, auf die ich anspringe und auch die ihr mit Sicherheit teilweise anspringt, die Folge von Trauma sind. Das ist nicht angeboren und das ist auch nicht Autismus. Ja, Autisten haben naturgemäß eine Tendenz zu relativ starren Tagesroutinen, haben ein Bedürfnis nach Gleichförmigkeit, kommen schnell aus der Ruhe, wenn ihre Tagesroutinen durchbrochen werden. Trotzdem sind natürlich zwanghafte Verhaltensweisen aller Art und vor allen Dingen auch im Erwachsenenalter, wenn man es eigentlich besser wissen sollte, eine hohe Nervosität, auch hier wieder ein extrem hoch schießendes Nervensystem, extremer Stress, wenn der Tag irgendwie durcheinander gerät und natürlich im Hinblick auf zwanghafte Verhaltensweisen kommt auch ganz häufig bei Autismus vor. Waschzwänge, Kontrollzwänge, Denkzwänge, Zählzwänge und so weiter und so fort. Das ist in vielen Fällen, vielleicht sogar in allen Fällen, die Ursache von erfahrenen Traumatisierungen. Und diese Traumatisierung, und das nochmal hier ganz wichtig klarzustellen, das muss nicht unbedingt nur Mobbing in der Schule sein. Das kann auch sein, hier sehen wir den genauen Link zwischen angeborenem Autismus und den zwanghaften Verhaltensweisen. Das kann auch einfach dergestalt stattfinden, dass Autisten schon als kleine Kinder eine erhebliche Angst und ein Unwohlsein, ein geringes Sicherheitsempfinden im Hinblick auf ihre Umwelt empfinden. Und sei es auch nur, weil sich Autisten durch Gestik- und Mimikkommunikation das freundliche Lächeln der Mutter nur wenig beruhigen lassen und sie sich deswegen in Angst, ohne durch die eigenen Eltern, durch die Mutter reguliert werden zu können, einer vermeintlich feindlichen, beängstigenden Umwelt ausgesetzt finden. Auch das ist ja ein Trauma. Und wieso sollte man dann mit zwanghaften Verhaltensweisen reagieren? Richtig, wenn ich mich in einer Welt befinde, die ich als unberechenbar empfinde, weil ich aufgrund meines Autismus ist, dahingehend traumatisiert wurde, dass ich mir keine Sicherheit aus meinem sozialen Umfeld beschaffen kann, werde ich versuchen, dieser unsicheren Umwelt durch zwanghafte Verhaltensweisen penibles Einhalten von Ritualen herzuwerden. Das heißt, meine Umwelt berechenbar zu machen. Ich versuche durch Zwanghaftigkeit meine Umwelt zu steuern. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Nur, das vielleicht auch noch als Satz dazu, das funktioniert ja nicht. Wir wissen ja, wenn wir zwanghaft sind, dann ist es eigentlich die Umwelt, die uns viel mehr steuert, als dass wir dadurch unsere Umwelt irgendwie in Kontrolle bringen. Trotzdem ist es ganz wichtig zu verstehen, dass diese zwanghaften Verhaltensweisen häufig die Folge von, und sei es auch nur soften Traumatisierungen und Verängstigungen, ganz, ganz häufig bei autistischen Menschen darstellen. Und dem können wir durch mehr Selbstvertrauen und mehr Gelassenheit und natürlich auch sich davon ein bisschen intellektuell, kognitiv zu distanzieren begegnen. Und dann werden, so ist es auch mir widerfahren, meine zwanghaften Tendenzen deutlich weniger. Punkt Nummer drei. Schüchternheit und soziale Ängste bis hin sogar zur Sozialphobie. Ja, das ist doch ganz typisch autistisch, nicht wahr? Dass Autisten schüchtern sind, dass sie soziale Ängste haben. Nein, das ist nicht typisch autistisch, denn ich kenne auch einige Autisten, die sind überhaupt nicht schüchtern, die sind überhaupt nicht sozial gehemmt, die sind extrem extrovertiert. Natürlich auch hier wieder können wir uns vorstellen, wenn ich Gestikomimik bei anderen nicht lesen kann, wenn ich meine Umwelt und deswegen andere Menschen als unberechenbar bedrohlich erlebe, in meiner Wahrnehmung, aber sie müssen es nicht sein, das ist ganz wichtig zu verstehen und sind sie auch in der Regel nicht, dann macht mich das natürlich schüchtern, sozial unsicher. Das ist völlig klar. Okay, es gibt schon einen entfließenden Übergang von Schüchternheit und sozialer Unsicherheit zur autistischen Kernsymptomatik. Aber es ist kein zwangzwingendes Schicksal. Wenn das gut aufgefangen wird durch ein liebevolles, verständnisvolles Umfeld, schon vielleicht in der frühesten Kinderzeit, haben wir dann hinterher Kinder, die sind nicht schüchtern, die sind nicht sozial gehemmt, die sind nicht ängstlich, haben schon gar keine Sozialphobie und gehen einfach immer frank und frech auf andere Leute zu, auch wenn sie schlechte soziale Fähigkeiten haben. Sie lassen sich nur einfach nicht davon unterkriegen, lassen sich nicht beirren, sind trotzdem nach wie vor offen anderen Menschen gegenüber. Ich weiß, das ist schwer. Ich weiß, auch der offenste Mensch wird irgendwann unsicher, wenn er negatives Feedback durch sein Umfeld bekommt, weil er anders ist, weil er komisch ist. Das ist mir schon klar. Trotzdem sehen wir hier, wir verstehen, dass die Herausbildung insbesondere von extremen sozialen Ängsten und wenn wir es nicht schaffen, diese während unserer Jugendzeit zum Beispiel abzubauen durch positive, gegenteilige Erfahrungen, dann ist das nicht angeboren autistisch, sondern es ist auch wieder die Folge von Trauma bzw. sozialer Zurückweisung, schlechten sozialen Erfahrungen. Und auch hier, wir müssen uns nicht damit abfinden. Wir können uns arbeiten, wir können offener werden für unser Umfeld, wenn wir dem verschlossen gegenüber waren und können natürlich dann auch mit dem richtigen, liebevollen Umfeld auch später als Erwachsene noch gegenteilige soziale Erfahrungen machen. Ich habe es so durchgezogen. Ich durfte es so erleben. Ich habe es so erlebt, weil ich mir das auch selbst erarbeitet habe. Und glaubt mir, mir geht es heutzutage sehr viel besser. Ich bin ein sehr offener Mensch. Viele sagen, ey, wow, Tom, du bist überhaupt nicht sozial unsicher. Ich habe schon Vorträge gehalten, auf die habe ich mich kaum vorbereitet. Ich stelle mich da einfach hin, weil ich einfach das Vertrauen habe in meine Fähigkeiten, in mein Umfeld wird schon schief gehen. Okay, das ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen bitte nicht davon ausgehen, dass Schüchternheit und soziale Ängste zwangsweise firma sein müssen. Punkt Nummer 4. War ich früher auch ganz stark drin. Menschenhass. Muss ich da so viel zu sagen, warum der Menschenhass jetzt bitteschön die Folge von Traumata darstellt und nicht angeboren ist. Ich möchte das trotzdem noch hier einmal sagen, weil wir haben in der ganzen Autismus-Diskussion, insbesondere bei Selbstbetroffenen, haben wir häufig so eine, ich möchte fast schon sagen, unreflektierte, selbstverständliche Haltung, dass Autisten sich untereinander wahrscheinlich recht gut verstehen. Aber es ist auch ganz normal, dass Autisten nicht Autisten doof finden, sage ich es mal ganz harmlos ausgedrückt. Und umgekehrt. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich selber verstehe mich sehr, sehr gut mit nicht-autistischen Menschen und habe natürlich gerade, indem ich auch natürlich nicht unkontroversen Content mache, so wie dieses Video in der Öffentlichkeit auf YouTube für Autisten. Und übrigens, also kontrovers heißt ja nicht schlecht, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, habe ich viel Beschimpfung, Abwertung, Gegenwind aus der Autismus-Kommunity von Autisten bekommen. Das heißt, wenn wir über Menschenhass sprechen, könnte ich jetzt natürlich sagen, ey Leute, ich als Autist, als diagnostizierter Asperger hätte gute Gründe, andere Autisten zu hassen. Okay, tue ich nicht. Das kann sich nicht zu verstehen. Ich versuche eine Haltung zu haben, niemanden zu hassen. Ich möchte nur das ein bisschen relativieren, dass es immer so dargestellt wird, ja, wir sind Autisten, das ist ja ganz normal, dass wir die Nicht-Autisten hassen und so weiter. Ja, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht und das ist ganz wichtig. Und ohne Hass lebt es sich besser. Okay, Hass ist kein schönes Gefühl. Wenn man hasst, ist man definitiv nicht glücklich. Hassen kann auch Spaß machen. Ist so. Hassen ist nicht immer ein schlechtes Gefühl, kein Grund, also kein tiefschlechtes Gefühl, aber es ist auch kein schönes Gefühl. Ich möchte dir eins sagen, wenn du da eine Lebenszeit mit hassen verbringst, wird nicht mehr viel Lebenszeit zum Glücklichsein übrig bleiben. True Story. Punkt Nummer 5. Sturheit und Perfektionismus. In Debatten immer Recht haben müssen, Fehler nicht eingestehen zu können. Es wird ja immer gesagt, Autisten müssen immer weiter diskutieren, solange bis wirklich rational, also durch wirklich die guten Sachargumente belegt ist, dass Autisten im Unrecht sind. Ja, ach guck, da habe ich schon häufiger auf diesem Kanal darüber gesprochen und wir sind ganz ehrlich, häufig diskutieren wir Autisten nur bis zum Ende, weil wir uns nicht eingestehen wollen, dass wir uns gehört haben. Das ist uns peinlich, das ist uns unbequem. Warum? Weil wir in der Vergangenheit gemobbt wurden. Wir wollen natürlich nicht, dass wir jetzt als Fehler behaftet, vor anderen dastehen und geblamed werden, dass es wieder zur neuen Mobbing-Lawine kommt. Deswegen wollen wir zwanghaft Recht behalten. Ist es nicht so? Ist das nicht genau das Ding? Ja, das weiß ich doch. Wir wissen das alle. Okay? Ich will damit nicht sagen, dass Autisten nicht eine angeborene Neigung auch haben zum Diskutieren und wirklich auf der Sachebene gerne eine Sache genau nachvollziehen wollen, aber auf einer emotionalen Basis nicht nachgeben zu können. Einen Streit auch einmal unentschieden beizulegen oder zu sagen, okay, wir werden uns nicht einig. Vielleicht habe ich auch Unrecht, aber das ist okay. Ach komm, das geht euch doch so schwer über die Lippen. Genau das, was ich gerade gesagt habe, ist Traumafolge. Perfektionismus, was ist das? Perfektionismus heißt, Dinge perfekt machen zu wollen, nach außen hin perfekt wirken zu wollen, wieder damit man uns keine Fehler nachweisen kann. Das bedeutet, Perfektionismus heißt aber nicht, der Sache willen etwas perfekt machen zu wollen. Beispiel, ich bastle für meine Tochter, ich habe keine Tochter, aber das ist nur ein Beispiel. Ich bastle für meine Tochter einen Drachen, okay, oder einen Hampelmann aus Pappe. Und ich bin mit so viel Hingabe bei diesem Hampelmann dabei und wünsche, weil ich möchte, er ist perfekt. Das ist das Geschenk für meine Tochter. Das mache ich der Sache selbst will. Ich mache nicht den Hampelmann perfekt, weil ich von meiner Tochter als der große, geile Bastelkönig dastehen möchte, sondern ich mache das, weil ich meine Tochter zum Lachen bringen möchte, weil ich sie glücklich machen möchte. Das ist ein Unterschied. Das eine ist es gesund, der Sache willen, möglichst etwas perfekt machen zu wollen. Das andere ist Perfektionismus, nach außen hin perfekt wirken zu wollen, selbst dann, wenn wir es eventuell gar nicht sind. Hauptsache, alle denken das von uns, okay. Und Perfektionismus, das ist wirklich erworben als Folge von Traumatisierungen. Punkt 6, das habe ich schon recht breit im Video letzte Woche angesprochen. Einen schlechten Kontakt haben zu den eigenen Emotionen. Oh, Autisten, die sind immer ganz rational, die sind immer ganz kopflastig, die spüren ihre eigenen Emotionen häufig nicht. Autisten denken in rationalen Strukturen und denken weniger emotional. Das ist eine ganz klassische Folge von Traumatisierungen. Kinder von Suchtkrankeneltern zum Beispiel sind häufig so drauf. Warum? Weil sie sich emotional von dem erfahrenen Elend in der Familie oder bei Autisten zum Beispiel ganz, ganz häufig das Mobbing in der Schule distanzieren müssen. Extremes Beispiel, das Kind, das gemobbt und geschlagen wird und selber noch mitlacht. Haha, ist das lustig, dass er mich schlagt. Ja, das ist eine miese Sache. Das habe ich auch so erlebt. Ich weiß, wir sind da sehr gleich. Das geht natürlich nur, indem man seine Emotionen runterschluckt und eine perfide Art von schwarzem Galgenhumor entwickelt über sich und seine eigene Situation. Das heißt aber nicht, dass wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen würden, wenn ich dir sagen würde, hey Bro, hey Sis, ich war genauso. Ich wurde auch geschlagen, angespuckt und habe versucht, dass die anderen von mir ablassen, indem ich mir nicht habe anmerken lassen, wie sehr es mich quält, indem ich mitgelacht habe. Es ist lustig, dass ich geschlagen werde, misshandelt werde, beleidigt, ausgegrenzt werde. Das heißt nicht, dass wenn wir jetzt nicht in diesem Video darüber sprechen, dass unser Bauch dann sich nicht doch verkrampft und die Wut hochkommt, die Trauer, die Enttäuschung. Und da sehen wir, dass dieser angeblich angeborene Rationalismus von Autisten nicht angeboren ist. Er ist erworben. Ich möchte nicht abstreiten, dass Autisten, vielleicht, solle Studien zu geben, auch irgendwo rationaler sind als nicht Autisten. Aufgrund der autistischen Hirnstruktur. Weil sie natürlich auch, das ist ganz wichtig zu verstehen, Gestik und Mimikkommunikation intuitiv nicht wahrnehmen können oder gar nicht sehen. Das heißt, Emotionen von anderen vielleicht nicht richtig wahrnehmen oder nicht deuten. Was bleibt ihnen übrig, außer die kalte Welt der Gegenstände und Zahlen? Ja, das können wir uns vorstellen. Aber der größte Teil des Rationalismus von vielen Autisten, des Verkopftseins, das ist die Folge von Traumatisierungen. Denkt darüber nach. Und es lohnt sich, daran zu arbeiten. Und dazu gehört auch noch ein letzter Punkt, Punkt sieben, ein schlechtes, unhölzernes Körpergefühl zu haben. Es ist interessant. Wir wissen ja, also inzwischen sprechen wir ja von einem Autismus-Spektrum. Aber früher hat man immer gesagt, dass die Asperger, ich und natürlich auch viele meiner Zuschauer, die diese Diagnose bekommen, dass gerade die Asperger häufig ein schlechtes Körpergefühl haben, motorisch ungeschickt sind, sich hölzern bewegen und so weiter, dass das angeboren ist. Das glaube ich auch zu weiten Teilen. Ich habe schon Autisten gesehen, die hatten so schlechte motorische Fähigkeiten, dass das definitiv nicht die Folge von Traumatisierung ist. Also, dass jemand es auch zum Beispiel gar nicht schafft, sich ein Glas Tee einzugießen und immer alles daneben kippt. Einfach aufgrund der schlechten motorischen Fähigkeiten. Wir können ja an dieser Stelle jetzt darüber sprechen, ist das wirklich Autismus oder ist das dann schon eine Komorbidität? I don't know. Ist nicht Thema dieses Videos. Ich möchte aber sagen, dass ein schlechtes Körpergefühl, eine hohe Muskelspannung haben, sich nicht richtig spüren zu können, wenig Achtsamkeit zu haben für den eigenen Körper. Das ist auch häufig Folge von Traumatisierungen, weil traumatisierte Menschen von ihrem eigenen Körper ein Stück weit dissoziieren. Wieder extremes Beispiel. Ein Kind, das täglich gemobbt und geschlagen und geprügelt wird, wird aufgrund dieser Prügel, um das besser ertragen zu können, sich geistig lernen, von seinem Körper zu distanzieren. Und diese Distanzierung führt natürlich zu einem schlechten Körpergefühl. Und ein schlechtes Körpergefühl führt natürlich in der Folge auch wieder zu einer noch schlechteren Motorik. Oder ein Kind hat keine Lust auf Sport, weil es ausgelacht wurde in der Schule. Aufgrund angeborener motorischer Defizite verhärtet sich das oder lässt sich nicht ausbügeln, weil das Kind eine Abneigung gegen Sport hat, weil es mit Quälereien und Traumatisierungen assoziiert wird. Wir können uns das vorstellen. Bevor wir mit dem Video schließen, noch eine Sache. Diese Themen jetzt hier zu behandeln, das ist relativ experimentell, okay, von meiner Seite aus. Ihr werdet da auch auf anderen Kanälen zum Thema Autismus, das, was ich jetzt hier erzählt habe, was ich jetzt hier gemacht habe, nicht viel hören, wenn überhaupt, okay. Deswegen ist ganz wichtig, alles, was ich jetzt hier gesagt habe, das ist nicht perfekt. Es können kleinere Fehler darin sein, Unstimmigkeiten, Logikfehler. Aber im Großen und Ganzen, das, was ich euch hier erzählt habe, davon bin ich überzeugt. Und ich habe auch beim Video letzte Woche von euch das Feedback bekommen, dass ich euch damit sehr stark erreiche. Und seien wir nicht perfektionistisch an dieser Stelle. Ich habe nicht den perfektionistischen Anspruch, hier ein 100% allglattes Video abzuliefern. Ich habe hier den Anspruch, euch ein wertvolles Video abzuliefern. Und da nehme ich in Kauf, nicht 100% präzise sein zu können, weil experimentelles Thema. Und noch eine Sache, dann sind wir wirklich durch. Bitte noch anhören. Es gibt natürlich auch Experten, Fachleute, Diagnostiker, die diese Dinge, die ich hier genannt habe, mitunter sehr wohl von einem angeborenen Kernautismus zu unterscheiden wissen. Das ist ganz wichtig. Aber in der allgemeinen Debatte zum Thema Autismus findet diese Unterscheidung noch nicht genügend statt. Wie häufig sehen wir PowerPoint-Präsentationen, hören wir Videos, Podcasts, wo zum Beispiel gesagt wird, na was hier, Reizfilter, Schwäche, immer autistisch angeboren. Autisten sind schüchtern. Wir haben ein Video zum Thema Autismus und darin wird gesagt, Autisten sind schüchtern. Aber genau genommen müssten wir das trennen. Das dürfte nicht in das Video zum Thema Autismus, sondern es müsste in ein extra Video zum Thema Schüchternheit. Weil Schüchternheit nicht Autismus ist. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Das ist ganz wichtig. Das heißt, ich will hier nicht sagen, dass niemand das nicht je festgestellt hat, aber allgemein gibt es in der Diskussion im Thema Autismus hier noch Differenzierungsbedarf und deswegen mache ich dieses Video auf, dass es euch etwas nützt. Wenn euch das Video was genützt hat, abonniert gerne diesen Kanal. Wenn ihr Danke sagen wollt, könnt ihr unter diesem Video den Superthanks-Button auf YouTube smaschen. Schaut mal unter dem Video, da gibt es so einen Button Superthanks, da könnt ihr mir eine Spende über YouTube dalassen. Ihr könnt von Herzen gerne auch Kanalmitglied werden, wenn ihr dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet. Ansonsten haltet die Ohren, steif. Lasst euch nicht unterkriegen. Arbeitet an euch selbst, das wird euch gut tun. Und bis zum nächsten Mal.